Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 3069 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Heute lernen wir den Umgang mit dem Schneebesen. Marina kann das schon ganz gut. Heute lernen wir den Umgang mit dem Schneebesen. Marina kann das schon ganz gut. Schön, dass du schon aufgestanden bist. Willst du mit mir frühstücken? Schön, dass du schon aufgestanden bist. Willst du mit mir frühstücken? Schön, dass du schon aufgestanden bist. Willst du mit mir frühstücken? Im Restaurant treffen wir Teams aus anderen Büros, die hier auch ihre Mittagspause verbringen. Im Restaurant treffen wir Teams aus anderen Büros, die hier auch ihre Mittagspause verbringen. In der Bibliothek habe ich alle Bücher für meine Arbeit griffbereit. In der Bibliothek habe ich alle Bücher für meine Arbeit griffbereit. In der Bibliothek habe ich alle Bücher für meine Arbeit griffbereit. Es ist meine Aufgabe, dieses Problem zu lösen. Es war eine gute Idee, so spontan hierher zu kommen. Angela sollte mir sieben Bücher aus der Bibliothek bringen, aber sie kann sie nicht finden. Gefährliche Situation im Winter Mein Partner und ich schminken uns und ziehen zu Halloween ähnlich. Mein Partner und ich schminken uns und ziehen zu Halloween ähnliche Kleidung an. Mein Partner und ich schminken uns und ziehen zu Halloween ähnliche Kleidung an. In diesem Bereich ist der Ausbau des Mobilfunks derzeit abgeschlossen. In diesem Bereich ist der Ausbau des Mobilfunks derzeit abgeschlossen. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Wir haben ein neues Spiel gekauft. Die Spielanleitung ist kompliziert. Wir haben ein neues Spiel gekauft. Die Spielanleitung ist kompliziert. Ich entwickle eine neue Software für Computerspiele, bei denen die Handlung in einem anderen Universum spielt. Ich entwickle eine neue Software für Computerspiele, bei denen die Handlung in einem anderen Universum spielt. Wir studieren beide Informatik im 8. Semester und bereiten uns auf das Diplom vor. Ich schaue mir die Stellenangebote an. Ich schaue mir die Stellenangebote an. Ich bin froh, dass du endlich wieder bei mir bist. Ich bin froh, dass du endlich wieder bei mir bist. Wir sind drei Sängerinnen aus Deutschland und haben zehn Auftritte im Monat. Hast du Beschwerden beim Schlucken? Tut dir etwas weh? Kannst du gut atmen? Hast du Beschwerden beim Schlucken? Tut dir etwas weh? Kannst du gut atmen? Hast du Beschwerden beim Schlucken? Tut dir etwas weh? Kannst du gut atmen? Die Solaranlage wurde optimal an das Dach angepasst. Die Solaranlage wurde optimal an das Dach angepasst. Ich habe die Kirschen gerade gepflückt. Wir haben zwei große Bäume im Garten. Ich habe die Kirschen gerade gepflückt. Wir haben zwei große Bäume im Garten. In vielen Ländern sind Rauchmelder Pflicht. Sie können Leben retten. Bei der nächsten Wanderung werde ich einen kleineren Rucksack mitnehmen. Dieser ist zu schwer. Hier kann ich mein Elektroauto aufladen. Hier kann ich mein Elektroauto aufladen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. und gib uns bitte ein Like. Ich habe die Kirschen gerade gepflückt. Ich habe die Kirschen gerade gepflückt. Ich habe die Kirschen gerade gepflückt. Ich habe die Kirschen gerade gepflückt.